Wir checken gerade mal hier Wetterdienst. Ihr seht, es ist immer da, wo wir sind, regnet's. Donnerstag regnet's, heute regnet's komplett durch. Übrigens, ich stehe auf deinen K-Schlüssel. Das ist nicht meiner, das sind Autos von meiner Frau. Tag 3, herzlich willkommen in Aachen und wir haben wieder Regen. Es ist Vlog! Es ist Vlog-Zeit! Gib mir noch ein bisschen Regen, wir sind bereit! So, wir sind jetzt hier in Aachen, Tiefgarage angekommen, im Trivago, Trivagi. Hey, ich kann das nicht aussprechen. Es ist in der Videobeschreibung hier. Es ist mega dunkel hier. Hier Spot. Boden ist cool. Gegnet halt dauerhaft. Es ist einfach Pech mit dem Wetter. Es ist deprimiert langsam. Wir machen das Beste draus und was wir machen können, und wir labern so viel in den Videos schon. Wir müssen uns Besseres machen. Kriegen wir den ein oder anderen Special-Gast heute. Gucken wir mal, ob er heute kommt oder nicht. Leider hat das mit dem Special-Gast nicht so geklappt, wie wir uns erhofft hatten. Aber ein Statement gibt es auf jeden Fall später im Verlauf des Videos dazu nochmal. Eins kann ich euch aber jetzt schon mal verraten. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf das nächste Video freuen, denn da treffen wir uns dann endlich mit dem Darek. Und wenn ihr immer auf den aktuellen Stand sein möchtet, dann aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Dann seid ihr immer up-to-date und wisst, wann das nächste Video startet. Was passiert? Schienbein. Mal sehen. 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 Im seated. Verkaufg sind Clover ohne die hier. Da war schon eine rote Bluth mit demähltienen. heute kommen wollte war auch da gewesen aber wir haben uns verpasst dahinten am warten auf uns und ich bin das erste mal hier tivoli tuwali ich dachte allgemein wird hier gemeint tivoli dreckig meint man hier diese garage mega schon mega depress ich habe mich mega gefreut auf darik den heute zu sehen das war so das highlight für heute für den tag ich hätte auch aufs handy gucken können aber ich war mega film gerade drin sorry wirklich es war glück gelaufen ich schiebe jetzt mehr ein paar depris und wir sehen uns gleich richtig krasser bei aber nicht auf der kamera eben schon wieder wie deiner wie deiner der sonnig drauf wir wurden wieder hier abgemacht beim tivoli tivago wo wollen wir jetzt hin sportpark lasst dich überraschen so wir sind immer noch hier in aachen wir gehen jetzt zum nächsten spot oder pushen gehen sebi gerade tiefpunkt ein bisschen weil er hat sich mega gestellt er kann nicht pushen nicht mehr fahren er voll am humpeln hoffentlich morgen wieder besser wenn er sich jetzt schont so also war angekommen am spot hier weil wie heißt der sport hier wissen wir nicht eine latsch ist schon ist schon schön abgefahren ich krieg den schwung einfach nicht hin weil das wort dann jedes mal durch die dinge hoch und runter fliegt das sieht wieder so krass nach regen aus es zieht wieder richtig dunkel zu so frei ja ihr seht zehn minuten gefahren hat ein bisschen fun ja aber jetzt aber jetzt langsam wirklich die laune auch im keller ja das ist hagel ne einfach doch ist hagel ja hagel schnee regen hagel alles dabei machen später weiter jungs bei der peter wahrscheinlich ja da ist die laune noch ein bisschen besser hoffe ich bestimmt nach dem essen geht wieder wer kennt eigentlich noch die alten grip tapes von damals die wenn man die drauf gemacht hatte dass da kleine luftlöcher überall drin waren und die mit dem du meinst die luftblasen jungen du musst die blasen auf piezen kennst du nicht die luftlöcher wenn man auf bord treten will dann tritt man manchmal daneben weil dann ins luftloch tritts jetzt kommt der abspann abonnieren nicht vergessen liken nicht vergessen küsse gehen raus